Hiho und willkommen zurück, meine lieben Burgbau- und Burgverteidigungsfreunde zur Castle-Story. Wir sind immer noch beim großen... Ja... Planieren... Terraformen... Indem wir Holz als... ähm... Boatersatz benutzen. Und ja, es ist mal wieder ziemlich dunkel. Du gehörst zu dem Bauarbeiter dazu. Ja, ein bisschen was gibt es hier noch zum... ...ausfüllen. Da ist der Teil der Umrandung auch fertig. Untertitelung. So, dann können wir hier gleich die nächste Reihe Holz platzieren. Kann auch sein, dass die Rappe einfällt, höher ist als hier drüben. Und Flunk, da liegt wieder Holz im Wald. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, und wenn die Wegbildung mir ehrlich sagen will, dass sie nicht weiß, wie die Bricktrons an ihren Zielort gucken sollen, dann lache ich sie aus. Aber Leute, da liegt noch genug Holz, schnappt es euch und baut es auf. Na gut, dann fangen wir schon mal hier um mit dem Sprengen an. Ja, und dann fangen wir schon mal hier um mit dem Sprengen an. Das Holz da haben sie jetzt weggerollt. Sie haben auch den Bombstamm schon da genommen. So, dann nochmal. Ernsthaft, der Stumpf, der hat es erwischt, den nicht. Und ich sehe gerade, ich muss ein bisschen was. Beim Graben. Oh, ihr seid fertig. Okay. Dann kommt ihr mal alle her. Okay. 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 So, und jetzt kann ich sie hier arbeiten lassen. Ja, zwei ebenen Stufen haben wir noch, die wir dann aus dem Weg räumen müssen. Aber ja, das hier sieht halt zur Randung schon mal ganz gut aus. Müssen wir hier noch ein paar Bäume hinsetzen und da. Noch liegt hier mehr als genug Holz rum. Ja, da muss als nächstes der Wald weg und der Wald weg. Ja, da muss ich jetzt auch noch. Ja, da muss ich jetzt nicht gehen. Das ist so gut. Das ist so gut. Das sind so gut. Und ich habe schon jetzt noch eine große Zerworte. Das ist so gut. So, dann schaffe ich mir mal einen von euch, dass ihr wie hier oben weiter die Stümpfe weg sprengt. So, noch 800 Punkte bis zum 12. So, dann schaffe ich mich mal einen von euch. So, dann schaffe ich mich mal einen von euch. So, dann schaffe ich mich mal einen von euch. So, dann schaffe ich mich mal einen von euch. Das war's für heute. Die Sonne geht schön auf. Wir haben endlich mal wieder richtig schönen Tag. Mal sehen. Kann er da hoch? Ja, kann er. Und Flonk machen. Einer ist abgeschmiert. Genau. Spreng sie runter. Indem du zweimal wirfst. Das war jetzt nie im Sinne des Erfinders. So, jeder noch. Und da war's. Was ist das das für erstes Mal? Die Stufe ist zum Glück noch heil. Nur die Stufe hat's erwischt. Und was auch immer hier für ein Block war. Und da war's. Äh. Äh. Okay. Ja, hier liegt jede Menge Holz drin und hier liegt auch ein bisschen Holz drin rum. Und ich sehe immer noch die lilanen Stümpfe, die zwei. Aber solange die Stümpfe von hier oben abholen, ist es mir recht. Ja, da muss ich irgendwann die Stümpfe hier oben alle wegsprengen. Zum Glück hat mein Brimstone wieder ein bisschen zugenommen. Äh, da wollte ich gerne eine Reihe hinhaben. Das war's. . . . Sag mir jetzt bitte nicht, ihr kommt nicht mehr da hin. Du bist ein Idiot, äh, no one, anstatt dass er sich den Baumstamm nimmt, nein, er schmeißt ihn in die Zielsetz. Als ob das Holz hier nachwachsen würde. Und ja, mir ist bewusst, Holz wächst auf Bäumen, aber die Bäume wachsen nicht nach. Einmal abgeholzt, ist hier nichts mehr. Untertitelung des ZDF, 2020 So, wir haben wieder Bomben. Hier oben ist kein Baumstamm mehr. Jetzt bedienen sie sich hier unten von dem Haufen und dann müssen sie die Stümpfe hier erstmal nehmen. So, wir gehen. So, wir gehen. So, wir gehen. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020